Hi Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Es gibt endlich News zu Space Marine 2 und wir schnacken heute nicht lange rum. Kurz werde ich nur eine Sache los, nämlich zu meinem figurenshop.com. Es gibt mittlerweile auch ein paar Mängelexemplare, da ist die Verpackung ein bisschen beschädigt. Aber ich weiß, dass es Leute gibt, die ein bisschen kleineres Budget haben. Falls ihr bisher noch gehadert habt und gesagt habt, ist mir ein bisschen zu hoch vom Preis, schaut vielleicht jetzt mal vorbei. Es gibt ein paar Mängelexemplare, die sind deutlich reduziert. Jetzt starten wir aber mit den News zu Space Marine 2. Hierüber brauchen wir uns eigentlich nicht im Detail unterhalten. Es ist zwar ein neuer Post gekommen, den könnt ihr euch eigentlich aber auch sparen, denn der Trailer passt eigentlich das Wichtigste zusammen. Hier wird nichts Neues erwähnt, sobald ich das hier richtig alles mitbekommen habe. Deswegen schauen wir uns heute in Kurzfassung nur den Trailer und die Highlights von diesem Trailer an und besprechen ganz kurz, was vielleicht auch nicht gesagt wurde. Hier werdet ihr jetzt das erste Wichtige sehen vom Trailer eigentlich. Sie geben eine Vorschau auf den Year One Battle Plan. Aber schaut mal, was da ist. Seht ihr das? Incoming Transmission, Incoming Transmission. Also sie haben eigentlich indirekt schon eine Vorschau drauf gegeben, dass auch nach Season 4 weiterer Content kommen könnte. Die eine große Sache, die uns jetzt im Oktober 2024 erwarten wird, seht ihr hier im Hintergrund. Auf dem Planeten Kadaku wird es eine neue PvE Mission geben. Und hier geht richtig was ab. Ihr seht hier den Hierophant Biotitan. Also wahrscheinlich das Größte, was die Tyranniden aufbieten können. Und genau dagegen werden wir in dieser neuen Mission ankämpfen. Und ihr seht jetzt hier das Zweite, was neu dazu kommt. Nämlich Lethal, also wahrscheinlich tödlich, als neue Schwierigkeitsgrad für die PvE Operations. Das heißt, wir können alle Missionen nochmal einen neueren Schwierigkeitsgrad spielen. Und ich gehe mal davon aus, dass das jetzt nochmal ein ganzes Stück härter wird. Denn ich gehe gleichzeitig auch davon aus, dass wir ja nicht noch höhere Stufen bekommen von den Items. Das heißt, wir müssen mit dem hochstufigen, was wir bisher hatten für den letzten Schwierigkeitsgrad, den noch höheren Schwierigkeitsgrad bestreiten. Wir haben allerdings, und das habt ihr jetzt gesehen, das kommt auch noch für uns jetzt im Oktober, nämlich diese neue schöne Pistole. Für wen diese Volkite Pistol verfügbar sein wird, ist noch nicht so ganz sicher. Also zumindest haben sie das nirgendwo angekündigt bisher. Ich würde ja hoffen, dass jede Klasse irgendwie diese Volkite Pistol bekommt, einfach um das Arsenal ein bisschen zu vergrößern. Aber lassen wir uns mal überraschen. Wir haben hier auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, es wird nicht angegeben, was Firepower Accuracy und was weiß ich was es gibt. Aber wir haben den Hinweis, dass das Magazin 50 Schüsse fasst und dass wir eine Reserve von 500 Schuss haben. Zumindest in den Grundversionen oder in der Vorschau, sagen wir es mal so. Bedeutet, jetzt im Oktober bekommen wir die neue PvE Mission, wir bekommen die Volkite Pistol und wir bekommen tödlich als neuen Schwierigkeitsgrad. Jetzt, was ihr im Hintergrund seht, ist hier die nächste Neuerung, nämlich das Dark Angels Cosmetics Pack. Da ist ein Champion Pack dabei, Cosmetic Pack allgemein und Weapon Skin Pack. Für alle, die den Season Pass haben, der ja für diese vier Seasons gültig ist, die jetzt in diesem Jahr folgen. Der Dark Angels Pack bringt ein komplettes Cosmetic Pack für den Bulwark mit. Hier seht ihr erstmal die einzelnen Sachen, die gezeigt werden hier im Dark Angels Look. Aber jede Klasse bekommt ja pro Season ein komplettes Cosmetic Pack. Das habt ihr jetzt beim Heavy gesehen, beim Start von Space Marine 2 hat er ein komplettes Pack bekommen. Und es sieht so aus, dass jetzt mit jeder Season es weitergeht in diesem Format. Das heißt, nach diesen vier Seasons hat jede Klasse, die es gibt, ein komplettes Champion Pack. Wie hier der Bulwark, wie ihr es sehen könnt, auch mit dem Buch, mit dem Schild und den Flügeln hier oben am Helm. Richtig cool, sieht sehr fein aus. Ihr seht allerdings auch bei anderen Space Marines, dass die ebenfalls im Dark Angels Look Cosmetics mit am Start haben. Wird also nicht nur der Bulwark profitieren von diesem Cosmetic Update. Last but not least, geben Sie noch kurz einen Ausblick, was danach kommt. Also in den nächsten Seasons, da werden weitere PvE-Missionen kommen. Also nicht nur jetzt eine, sondern wahrscheinlich noch mehrere. Ich denke mal, die geben jetzt Vollgas. Es wird neue PvE-Prestige-Ranks geben. Also wird auch mal interessant, wie das dann ausgestaltet sein wird. Auf jeden Fall mehr Motivation wahrscheinlich für das PvE. Dann neue PvP-Game-Modes, das wussten wir schon vor einer Weile. Neue PvP-Arenen, damit wir da mehr Abwechslung haben. Neue Enemies, das heißt aber hier nur bei den Thousand Suns und bei den Tyranniden. Es sind nicht komplett andere Gegnertypen geplant, sondern nur innerhalb von den Tyranniden weitere Feindesarten. Und bei den Thousand Suns andere Feindesarten, das dürft ihr erwarten. Neue Waffen, wie jetzt die Worldkite-Pistol wird dazu kommen. Und auf jeden Fall noch ein Horde-Mode. Last but not least natürlich auch neue Space Marine Chapters in Form von Cosmetics und so weiter. Und ja, der Trailer schließt sozusagen mit ein paar Eindrücken von dieser neuen PvE-Mission. Das seht ihr anhand dieser Dornen, die da so in den Himmel hochgehen. Das ist jetzt auf Kandaku, das neue PvE-Mission. Hier ist schon wieder bekanntes Material in diesem Sinne, Leute. Danke euch fürs Reinschalten. Ich hoffe, es war ein cooles Update für euch. Was haltet ihr davon? Freut euch drüber? Ist es euch zu viel? Ist es euch zu wenig? Lasst mir gerne einen Kommentar da. Und ciao. Musik 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 Music Bis zum nächsten Mal.